Der russische Präsident Putin hat in seiner Rede vor der UNO-Volversammlung in New York der brandgefährlichen Situation im Nahen Osten und insbesondere in Syrien viel Raum gewidmet. Russland TV präsentiert diese Passagen seiner Rede hiermit in deutscher Übersetzung. In den nächsten Tagen werden wir auch weitere Abschnitte der Rede Putins unkommentiert online stellen. Wir sind verschieden und sollten das respektieren. Niemand muss sich auf ein einzelnes Entwicklungsmodell anpassen, das einer für alle als das einzig Richtige entwickelt hat. Wir sollten uns alle erinnern, was uns unsere Vergangenheit gelehrt hat. Wir erinnern uns auch an bestimmte Abschnitte der Geschichte der Sowjetunion. Soziale Experimente als Expat, die darauf warten, Veränderungen in anderen Ländern unter ideologischen Vorzeichen anzustoßen. Sie haben oft tragische Konsequenzen und führen mehr zum Rückschritt als zum Fortschritt. Es scheint dennoch, dass jeder, anstatt von den Fehlern der anderen zu lernen, diese wiederholt. Und so setzt sich der Export von Revolutionen, dieses Mal von sogenannten demokratischen, fort. Es reicht, einen Blick in den Mittleren Osten und nach Nordafrika zu werfen. Sicherlich türmen sich die politischen und sozialen Probleme in dieser Region schon eine Zeit lang auf. Und die Leute wünschen sich Veränderungen. Aber wie ging es diesmal aus? Anstatt Reformen anzustoßen, verursachte eine aggressive ausländische Einmischung, eine eklatante Zerstörung nationaler Institutionen und des Lebensstils selbst. Anstelle eines Triumphs der Demokratie und des Fortschritts erhielten wir Gewalt, Armut und eine soziale Katastrophe. Und niemand kümmert sich auch nur ein bisschen um Menschenrechte. Inklusive des Rechtes auf Leben. Ich komme nicht umhin, diejenigen, die diese Situation verursacht haben, zu fragen, realisieren sie, was sie getan haben? Aber ich habe Angst, dass keiner diese Frage beantworten wird. In der Tat, Richtlinien, die nur auf Eigeninteresse und dem Glauben an die eigene Überlegenheit und Straflosigkeit beruhen, werden sich nie durchsetzen. Es ist nun offensichtlich, dass das Machtvakuum, das in einigen Staaten des Mittleren Ostens und Nordafrika geschaffen wurde, Zonen der Anarchie entstehen ließen. Diese füllten sich sehr schnell mit Extremisten und Terroristen. Zehntausende Militante kämpfen unter der Flagge des sogenannten Islamischen Staates. In ihren Reihen befinden sich Soldaten der früheren irakischen Armee, die nach der Invasion des Irak 2003 auf die Straße geworfen wurden. Viele Rekruten stammen auch aus Libyen, einem Land, dessen Staatlichkeit durch eine Folge einer groben Verletzung der Resolution des UNO-Sicherheitsrates 1973 zerstört wurde. Und nun werden die Reihen der Radikalen gefüllt von Mitgliedern der sogenannten moderaten syrischen Opposition, die von den westlichen Staaten unterstützt wurde. Erst wurden sie bewaffnet und trainiert, und dann liefen sie zum Islamischen Staat über. Der Islamische Staat entstand nicht aus dem Nichts. Er wurde auch geschmiedet als Werkzeug gegen unerwünschte säkulare Regime. Nach der Etlablierung eines Brückenkopfes im Irak und in Syrien begann sich der Islamische Staat aktiv in andere Regionen auszubreiten. Er strebt nach Dominanz in der islamischen Welt, und seine Pläne gehen noch weiter als das. Die Situation ist mehr als gefährlich. Unter diesen Umständen ist es heuchlerisch und unverantwortlich, laute Erklärungen gegen die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus abzugeben und auf der anderen Seite blind zu sein gegenüber der Finanzierung und der Unterstützung der Terroristen, inklusive der Einkünfte aus dem Drogenverkehr und dem illegalen Handel mit Öl und Waffen. Es wäre ebenso unverantwortlich, terroristische Gruppen beeinflussen zu wollen und sie zu nutzen, um die eigenen politischen Ziele zu erreichen, in der Hoffnung, mit ihnen zurechtzukommen oder, um es anders auszudrücken, sie später zu liquidieren. Denjenigen, die das tun, möchte ich sagen, liebe Leute, ihr handelt zweifellos mit harten und grausamen Leuten, aber sie sind nicht primitiv. Sie sind genauso schlau wie ihr, und ihr wisst nicht, wer da wen einspannt. Die aktuellen Erkenntnisse über die moderate Opposition sind dafür der beste Beweis. Wir glauben, dass alle Versuche, mit Terroristen Spiele zu spielen und sie dafür zu bewaffnen, nicht nur kurzsichtig, sondern brandgefährlich sind. Sie können zu einer globalen terroristischen Bedrohung führen, die auf dramatische Weise neue Regionen erfasst. In den Trainingscamps des islamischen Staates werden Militante aus vielen Ländern, auch aus Europa, trainiert. Russland ist dabei leider keine Ausnahme. Wir können diesen Kriminellen, die bereits Blut geleckt haben, nicht erlauben, nach Hause zu kommen und ihre bösen Werke fortzusetzen. Niemand will das. Russland hat immer standhaft und konsequent den Terrorismus in all seinen Formen bekämpft. Heute stellen wir militärische und technische Hilfe für den Irak und Syrien zur Verfügung, die gegen terroristische Gruppen kämpfen. Wir denken, dass es ein riesiger Fehler ist, die Zusammenarbeit mit der syrischen Regierung und ihren Streitkräften abzulehnen, wo sie gerade tapfer Angesicht in Angesicht gegen den Terrorismus kämpfen. Wir sollten am Ende anerkennen, dass niemand außer Präsidents Assad bewaffneter Kräfte und der kurdischen Milizen wirklich den islamischen Staat und andere terroristische Organisationen in Syrien bekämpft. Das sind alle противorächtige, aber es muss alles ausgehen aus der Realität sein. Vielen Dank.